So hat dann alles sein Ende gefunden. Auch unsererseits ist das jetzt schon der krönnete Abschluss, der krönnete Abriss. Eigenwerbung, ja, man muss jetzt schon einfach googeln und dann kommt man schon überall hin. Im Endeffekt reicht das. Google hat gesagt, ey scheiß. Wenn man Interesse hat, da draußen sind noch so Best-Off-CDs von mir. Das sind zwar schon ödere Nummern für eine freie Spende. Könnt ihr euch gerne was mit heimnehmen? Ich glaube, das war das Wichtigste, was ihr eigentlich sagen wolltet. Danke, es sind auch viele von mir draußen. Kein Stress, Steffi. Es funktioniert mir nicht, eine gute Zusammenarbeit. Sondern kennen wir sie auch gar nicht. Ja, geht's euch gut? Macht's einmal Lärm! Ihr möchtet euch heimschicken mit einem zufriedenen Gefühl. Das Leben ist im Endeffekt wunderschön. So wie es das du machst, das Leben, so wird's auch. Also mach dir dein Leben schön und gehe heute mit einem positiven Gefühl nach Hause. Spür die Liebe in diesem Raum. Ist mein Lichtblick im Leben, dann ist es einfach nur richtig schön. Ich lass jetzt kommen so wie Scheib zum Kommen. Was sollt ihr mal? Seid oder kommen? Dann spann' ich mich und denk' noch. Reh mich erst in das Licht so. Zufriedenheit ist das Hauptproblem. Wenn wir das nicht spüren können wir aufzulegen. Ich kann nicht sagen, was ich hab. Ich hab in meinem Leben, es ist sauf. Und alle soll so bleiben. Ist echt ein Ding mit mir. Und das ist der Wert und die Segenhaftigkeit. Ich seh die der Zeit und ich bin grad befreit. Für mich innerlich leicht wie ein Kinderlegen Mais. Kinder verschreiben, weil es klingt bei mir bleibt. Ich mag's nicht übertreiben. Ich kann ja nicht aus der Vorder. Mach das Geld mit Musik. Echte Haufen Arbeit. Doch ich möcht ja so. Ich mag ja meine anderen Job nicht missen. Weil ich super find' mich da all die Leute machen. Wieso tick' nicht, wann ich sieh? Dass ich seh, wie man alle wundern kann. Doch meine Schwenz tick' nicht raus. Sie sind tausendmal froh. Für die Rollen wäre hoppen schön. Ich gris' und die Kollegen find' ich Geld mit euch zu hacken. Klingt nicht schön ausgeben, aber erfülltes Leben. Das macht mich von Stolz. Alles was hier angreift wird sofort zu Gold. Was ich brauch, ist mir Lichtblick im Leben. Dann ist es einfach nur richtig schön. Ich lass' als Kommas wohl Scheib zum Komma. Was soll's hier wohl sein? Oder Komma? Dann spann' ich mir und denk' noch. Red' mit Kerstin, es liegt so. Zufriedenheit, ist das ein Problem? Vielleicht denk' ich nicht immer nur so positiv nah. Weil ich weiß, dass mit der Mama einfach immer nur so komisch ist. Doch die Zeit ist los, dass wir beide überlegen können. Wie man's machen soll, dass wir beide wieder reden können. Beziehungsweise zuviel auf'n Tisch. Jeder sagt seine Sachen. Es geht's, was ich mir wünscht. Vergessen kann man's ja, doch drüber reden sollte man schon. Denk' ich mir. Versucht ist das ein lebenslange Block. Mein Leben mit der Kerstin wird nicht so unterschied. Und mit Freitag ist jetzt so'n Blick wieder umgedreht. Was mit Bildungssam passiert ist, ich leb' nur an mir. Sondern an alle Widerlikten, die herumprobieren wollen. Ich bin für all das Offen und ich bereise nicht. Krieg' ich mal voll auf die Kost, aber erfülltes Leben. Das macht mich voll stolz. Alles, was ich angreif' wird zu gut. Was ich brauch' ist mein Lichtblick im Leben. Dann ist es einfach wieder richtig schön. Ich lass' jetzt kommen so'ne Scheibe zum Kommen. Was soll's immer sein vor der Kommen? Dann bespannen wir den Knochen. Remi Kirstin ist legt so. Zufrieden ist das auch ein Problem. Wenn wir das nicht spielen hören, aufzunehmen. Ich hab's euch ja gesagt. Ich verlasse euch mit einem positiven Gefühl. Es war uns ein Volksfest. Danke euch, dass wir heute spielen wollten. Großen Applaus haben. Spielen, Frieden, Frieden. Sympathischen Applaus haben wir den wunderbaren T-Shirt. Danke sehr. Herzlichen Dank. Danke sehr. Hermann Schüpp. Danke sehr. Super. PrPPP. Vielen Dank.